Amis, Briten, Japaner, Italiener, Israelis, okay. Oh, das wird nix, wir sind eindeutig zu langsam. Ist der denn so langsam, sag mal, das ist ja ekelhaft. Ne, also das wird nix. Zumindest nicht so, wie ich mir das denke, dass es eventuell was wird. Dann sind wir eindeutig zu langsam unterwegs, aber wir probieren es trotzdem für den... Vielleicht klappt's. Nein, wir lassen es sein. Warum lassen wir es sein? Weil hier oben schon einer steht. Ja. Nope, ich bin dumm. Ich bin dumm! Na gut. Vielleicht doch in die Richtschützenoptik gehen sollen. Das wäre eindeutig cleverer gewesen. Ich spiele in 1440. Servus, Ghost. Der könnte irgendwo hier rumstehen. Diggi, du hast einen Surbase. Kannst du dem vielleicht jetzt mal bitte... Mach. Versuchen, brauche ich! Läschig, Servus. Wo ist denn jetzt euer Problem? Warum steht die Artillerie? Was macht der Serbace da? Der ist kaputt, der ist kaputt. Obel ist jetzt kaputt, aber da steht da irgendwann noch eine Typ 99 Artillerie. Okay, wir fahren jetzt durch, weil ich habe jetzt kein gesteigertes Interesse daran. Okay, Typ 99 ist raus. Wir nehmen C ein. Ich will mal versuchen, kann man hier oben noch hoch? Ich glaube schon, oder? Warten Sie, bevor ich von hinten weggemacht werde. Dreh doch den Turm, Junge! Okay, da komme ich nicht ran. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Bei ihm hier sieht es so aus, als wenn er reparieren muss Da vorne war noch einer, glaube ich, da vorne am Eck Muss ich aufpassen Kann der mich besch... Ich bin hier getroffen, ich bin hier aufgescheuert Ich bin hier getroffen, ich bin hier aufgescheuert Oh Schade Ich bin hier aufgescheuert Oh, der Motor schreit Der Motor schreit Der Motor schreit Da unten ist einer gefahren Hier unten fährt einer Hier muss ich jetzt aufpassen Da fährt was Dammit Okay, wieder runter hier Ja, das wird jetzt ein Problem Ich bin hier aufgescheuert Und dann Ich bin hier aufgescheuert Ich bin hier aufgescheuert Das ist ein Problem Ich bin hier aufgescheuert Und dann Ich bin hier aufgescheuert Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt stehen wir natürlich hier. Jetzt stehen wir 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 hier. Na ja. Sehr gut. Ah. Von wo kam der denn nach? Ach, von inzwischen hier. Hier, Typ 89, guck mal da vorne hin. Richtig. Wenn du aus einer Kiste was Sinnvolles rausziehen willst, dann sind die definitiv dafür falsch. Also, wenn du zu viele Silverlines übrig hast, dann kannst du die natürlich hernehmen, das ist klar. Ach, ich mach mal. Ach, meine Artillerie braucht noch viel zu lange und er hat gesehen, wo der Schuss herkam. Ah, sehr gut. Da du ja gesehen, da du nicht gesehen hast, wo der Schuss herkam, ich aber gesehen habe, wo du stehst, klatsche ich dich halt jetzt einfach durch den Rauch weg. Au. Au. Wer beschießt mich? Ach, das ist einer, der oben auf dem Hügel steht. Den ich von hier aus nicht sehen kann. Ja, brauche ich jetzt auch nicht zu nebeln. Ja, da vorne steht er. Ja, okay, kannst du vergessen. Das kann man vergessen. Er steht da oben und wir sehen... Ja, da sehe ich ihn stehen. Ja. Okay. Da oben sehe ich ihn stehen. Und jetzt ist er kaputt, das ist wieder so typisch. Oh Gott. Dann musst du schlafen gehen, Juki. Okay, da sind jetzt zwei innerhalb quasi direkt geplatzt. Das war ein Bradley. Okay, das Objekt 122 MT ist raus. Ja, das machen die immer absichtlich. Dass sie dann immer erst dann raus sind, wenn sie... Wenn man selber schon drauf gegangen ist. Und zwar quasi im gleichen Moment. Oder eine Millisekunde später. Melone. Melo. Melo. Entschuldigung. Danke dir für deinen Prime Sub. Vielen Dank. Dankeschön. Ich glaube, der steht dahinter. Kann das sein? 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 Äh, nee. Bei den reduzierten Paketen geht der nicht. Also du kannst ihn natürlich trotzdem nutzen. Den Link. Aber bei den reduzierten Paketen kriegt man nicht nochmal extra 3% obendrauf. Das wäre natürlich schön, aber geht leider nicht. Aber trotzdem könnt ihr ihn natürlich nutzen und mich damit supporten. Genau. Ich bekomme meine 3% Anteil trotzdem. Und euren Support. Aber leider funktioniert der halt nicht noch. Also die Rabatte sind nicht mit dem Link kombinierbar. Da hätten wir doch was gefahren, oder? Ah, da draußen fährt was. Nein, da drüben fährt auch was. Ziehen wir ihm erstmal den Motor. Okay, Abschlusshilfe nehme ich auch gerne mit. Passt schon. Zack. 맞症. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wo fährt er lang? Wo fährt er die Hauptstraße runter? Okay, jetzt bin ich dran. Ich muss ihn jetzt pushen. Sonst... Sehr gut. Ich muss gar nicht reparieren, das ist ja auch gut. Philipp, danke dir für deinen Prime Sub im zweiten Monat. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön für deinen Prime Sub. Vielen, vielen Dank. Ja, also du bekommst nicht dann 6% Rabatt, sondern du bekommst auf den Gesamtbetrag, den du eingekauft hast, dann 3%. Also, es macht dann tatsächlich mehr Sinn, wenn du quasi dir ein Paket kaufst, 3% Rabatt dir holst, 60 Minuten wartest, weil der hat einen 60-minütigen Cooldown und dann nochmal halt eben das nächste Paket für 3%. Shit, ich sehe ihn nicht richtig. Okay, Aluet hat es schon geregelt. Sehr schön. Nein, das machen wir jetzt nicht. Wir fahren jetzt nicht nach A rein, weil wir haben eine AE4 in der Luft. Doch, jetzt fahren wir rein, weil die AE4 ist raus. Ich habe sauber daneben geschossen. Vielleicht kriegen wir die Flaggen noch, aber ich glaube es mal eher nicht. Ja, vielleicht doch. Ist richtig, ja. Also eigentlich ist es wurscht, wie du es machst, aber du kannst es natürlich so machen, es kommt dann halt eben sowieso auf den Gesamtpreis an. War das jetzt die oder war das... Ja doch, das muss die gewesen sein. Aber du kommst halt auf alles... Du kommst halt auf alles dann am Ende nur 3%. Nein, schade. Den hätte ich doch jetzt noch gerne mitgenommen. Naja. Re caso. Dann gucken Sie. Ja. Oder sind die für Schmuss.